So, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Alzheimer's Academia Magica und ich freue mich heute schon wieder eines dieser Decks hier aufzureißen. Das ist für mich immer ein Hochamt, ein persönliches Highlight, ein absoluter Spitzenmoment in meinem Magic-Leben, wenn ich mich mit solchen Dingen beschäftigen darf. Und es sind ja im Grunde zwei Dinge, es sind historische Zeitreisen und es sind ein Stück weit auch Deck-Tags aus alten Zeiten und ich, ja, ich persönlich liebe das. So ein bisschen das Gefühl, da draußen hat jeder, der auch nur ein einziges Dominaria United Booster aufreist, mehr Zuspruch und Zuschauer als ich, wenn ich mich hier eine halbe Stunde lang an diesen Decks erfreue. Aber das hat mich ja noch nie daran gehindert, weiterzumachen. Die ersten beiden Videos sind erschienen zu den ersten beiden Decks. Das waren Michael Loconto und Eric Tam. Sehr viel Material gibt es dazu im Internet nicht. Ich mache da einfach mal weiter und lasse mich davon nicht beirren, dass diese beiden Videos, obwohl immer so viele Leute mir sagen, mach das bitte, das ist toll, das ist spannend, das interessiert mich, so wenig Zuschauerzahlen im Augenblick erreichen. Ich glaube, das hat entweder damit zu tun, dass die Leute meinen Gelaber schrecklich finden oder damit, dass eben alle Leute damit beschäftigt sind. Aktuelle Produkte aufzureißen, ja, weil man da ja so tolle Legends Booster Karten ziehen kann, Klammer auf. Im Grunde ist das verarscht, denn die zieht man eh nicht und wenn man sie zieht, sind sie nichts wert. Für den Preis, den man für Dominaria United Collector Boosters ausgibt, könnte man sich problemlos auch Legends Karten Slash Booster kaufen. Aber Rubbellose sind so viel geiler als das echte alte Zeug, ne? Ironiemodus aus. Ich bin heiß, ich bin heiß, heiß, heiß auf altes Zeug. Das wisst ihr, dafür seid ihr hier. Deswegen seid ihr die Unermüdlichen, die hier einschalten. Klar, ich kann zwischendurch auch mal was Aktuelles aufreißen. Ich wurde auch letztens gefragt, macht doch mal wieder was Aktuelles oder kommt auch noch was zu Dominaria United? Ich kann dazu nur sagen, ich bin im Sparmodus im Augenblick. Ich weiß nicht so wirklich, wie meine Heizkosten ausfallen werden. Meine Stromrechnung ist jetzt schon gigantisch. Meine Gasrechnung ist angekündigt, schon ziemlich fies. Und ich möchte einfach nicht so viel Geld in den Orkus von Wizards Marketing werfen. Es wird sicherlich mal das ein oder andere Dominaria United Booster kommen. Aber wer das gucken will, da gibt es andere tolle Kanäle für. Seelisch und moralisch interessieren mich im Augenblick zwei Booster-Produkte, auf die ich mich vorbereite. Das ist Brothers War. Das interessiert mich viel mehr, weil wir da viel Aktuelles gewandt von alter Geschichte finden. Also sehr viele Dinge, die aus der Original-Story von damals reinkommen. Und ja, ich weiß, es gibt ja auch noch dieses Remastered-Produkt. Da werden wir uns vielleicht auch mit beschäftigen. Und natürlich warte ich auf Herr der Ringe, wobei ich jetzt schon schreckliche Dinge gelesen habe und mir nicht ganz so sicher bin, ob ich dieses Produkt kaufen werde. Wenn die Dinge, die angekündigt wurden, sich bewahrheiten. Denn als strenger Tolkienianer, der tief verwurzelt in der Geschichte Mittelerdes, das habe ich Schwierigkeiten bei einigen der Handgriffe, die jetzt geplant sind. Aber das ist alles Geschmackssache. Schauen wir mal. Das Schöne daran ist, wer hier einschaltet, weiß, er kriegt Oldschool, altes Zeug oder 90er. Der kriegt Nostalgie und Flair der alten Zeiten. Und damit, damit machen wir jetzt weiter. Ganz egal. Und wenn nur zwei Leute zuschauen würden, würde ich es trotzdem machen. Das wisst ihr ja, das ist Hardcore. Auch wenn vielleicht der ein oder andere sagt, ach, das war doch so hübsch wie deine goldenen Hände Booster aufgerippt haben oder wie du stundenlang neue Booster aufgemacht hast. Das wird auch irgendwann mal wieder kommen, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mein hart erarbeitetes Geld da hineinwerfen. Das ist im Augenblick einfach nicht der Fall. Und da ich mich sowieso für Secret Lairs fast noch nie interessiert habe und auch sehr viele der Fleshy, Bling, Bling, Alternative Art, Foilkrempel Sachen mich noch nie interessiert haben oder ich nur ab und zu bald daran ein bisschen Freude erfinden konnte, Throne of Eldraine zum Beispiel, das fand ich ganz toll. Jeder muss seine Prioritäten setzen. Nicht jeder hat Zeit, jeden Tag 20, 30, 50, 200 Minuten YouTube zu schauen. Und manche sind einfach breiter aufgestellt und haben mehr Interesse an solchen Dingen als ich. Es gibt, wie ihr wisst ja, im Magic-Bereich die Finance-Kanäle, dann gibt es die Deckbau-Kanäle, dann gibt es die Kanäle, die Turnierbezug haben, die Kanäle, die alles covern und die Kanäle, die sich sehr viel mit Marketing und aktuellen Produkten beschäftigen, auch die Kanäle, die Lore und Geschichte und so weiter abarbeiten. Und meiner ist nun mal ein Community-Kanal, der Spielende der alten Zeit, erinnernde Nostalgiker der alten Zeit, Freunde der alten Zeit und solche, die es werden wollen, zusammenbringt mit einem Blick in Dinge, die aktuell passieren, hinein, immer dann, wenn es darum geht, was meine Kinder heiß finden und was die gerne machen möchten. Da haben wir viele Videos zu gemacht, ich habe viel aktuelles Zeug aufgerissen, aber es ist nun mal so, 21 und 22 waren nicht die Jahre, in denen ich aktuelles Zeug so super sexy fand. Kappenna ging mir ziemlich weit an meinem etwas schon älteren Wertesten vorbei. Die ganze Bildsprache und alles hat mich nicht interessiert. Kamigawa habe ich mit Leidenschaft aufgerissen, allein schon, weil das alte Kamigawa damit ein bisschen ergänzt und erweitert und so weiter wurde. Ich liebe auch asiatische Geschichte, deswegen habe ich das gut gefunden. Dominaria an sich finde ich großartig, aber im Augenblick fehlt mir so ein bisschen die Lust, Ressourcen reinzustecken, wegen der Lage, in der wir uns alle befinden. Und auf Brothers War warten wir, bin ich heiß, freue ich mich drauf. So, genug der Vorrede, fünf Minuten sind rum, jetzt steigen wir ein in Bertrand Lestré, würde ich sagen, oder? Wie spricht man das aus? Ich hatte Französisch in der Schule, ich hatte Deutsch, natürlich, wie jeder von uns. Englisch, natürlich auch, wie jeder von uns. Latein und Französisch. Und ich muss sagen, Latein konnte ich gut, hat mir gelegen, hat mir Spaß gemacht, hat mich später in meinem Berufsleben massiv beeinflusst, mich dazu gebracht, das zu machen, was ich heute mache. Auch Englisch ist heute noch wichtig, Verkehrssprache und auch Sprache der Fächer, in denen ich unterwegs bin. Französisch finde ich völlig unaussprechlich. Es tut mir sehr leid, ich kann diese Sprache nicht aussprechen, ich habe es drei Jahre lang versucht. Ich habe immer sehr gute Zeugnisse gehabt. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich in meinem Zeugnis jemals eine Fünf hatte, war es Französisch. Und die Lehrerin hat mich immer bemitleidet dahingehend, dass ich einfach Knoten in der Zunge habe, wenn diese merkwürdigen Akzons kommen und so weiter. Ich kann das nicht aussprechen, es geht nicht, es ist mir schlechterdings unmöglich und deswegen habe ich das auch einfach hingenommen. So, gucken wir mal, woher dieser liebe Bertrand, Bertrand, Lustre, Lustre, keine Ahnung, kommt, wie auch immer man das ausspricht. Ich glaube, er ist Franzose, er wird nämlich hier oben erwähnt, denn er hat gegen Michael Loconto gespielt. Und es muss, glaube ich, ja, es war das Finale. Er ist quasi dann also Vizemeister geworden, ne? In diesem wunderbaren Event, zu dem ich gleich noch was sagen werde. Er war 25 Jahre alt, Business Development Strategist from France. Und er hat einen 60-Karten-Grün-Weißes-Deck, das verschiedene Matches gewonnen hat, indem er seine gegnerischen Permanents mit weißen Sprüchen beseitigt hat und dann eine starke Kreatur für den Kill rausbrachte. Also im Grunde auch gar nicht so wieder anders als die vorangegangenen Decks. Die ersten drei Decks dieses Päckchens hier, die sind tatsächlich massiv geprägt von der Farbe Weiß. Er hat also darüber hinaus auch noch die Sylvan Library und Lentex-Combination sehr nützlich oder sehr gewinnbringend eingebracht. Bibliothek immer mal wieder gemischt, sodass sein Gegner mehr Land im Spiel hatte, um so drei neue Karten der Sylvan Library zu kriegen. Das ist eine superschöne Kombo. Und er hat eine ganze Menge starke Mass Destruction Capabilities gehabt, darunter Armageddon, Wrath of God and Balance, also das, was Weiß kann zu der Zeit. Er sagt über sein eigenes Deck, It's really quite a basic deck, also es ist ein ziemlich basales Deck im Grunde. The only thing is, there are several cards which are powerful themselves and the combination of these cards is really, really powerful. Also einige Karten sind selbst powerful und die Kombination dieser Karten ist noch mächtiger. Seine besondere Fähigkeiten war, permanent Extra Life zu benutzen, indem er Ivory Towers und Surren Orb genutzt hat und damit auch noch extra Karten aus der Silver Library ziehen konnte, weil die kostet ja jeweils zusätzlich Lebenspunkte, die Karte, die man dann behalten will. Er hat einen 6-1-Sieg oder Rekord, weiß nicht, das nennt man glaube ich, also nicht Rekord im Sinne von Rekord, sondern Ergebnis gehabt, um sich für die Runde der 16 zu qualifizieren. Dann hat er Sean The Hammer Renier besiegt, den wir auch noch sehen werden in einem der nächsten Videos im Viertelfinale und dann kam er ins Finale. Leon Lindbeck hat da auch geschlagen, auch einer der Kollegen, die hier noch drin sind. Ja, und das war, wie ich schon ein paar Mal erzählt habe, hier oben kommt die Playlist zu den WCD-Decks, in denen die bisherigen Decks drin waren. Das war ein Tournament, also ein Turnierkonzept, in dem die Spieler aufeinander trafen und aus den damals verfügbaren Sets, und das waren die vierte Edition Chronicles Fallen Empires Homelands Ice Age, Decks zu basteln, 60-Karten-Decks zu basteln, kann natürlich auch ein 61- oder 62-Karten-Decks sein, wie wir beim letzten Video gesehen haben, um gegeneinander im Turnierformat anzutreten. Und es gab ein paar Regeln, die ich alle in vorangegangenen Videos erklärt habe, dass man zum Beispiel fünf Karten einer jeden Edition spielen musste, was natürlich auch wiederum schön Flexibilität und auch so ein bisschen Hirnschmalz, also Flexibilität brachte, und Hirnschmalz kostete sich ein bisschen was auszudecken, was man, naja, mit Homelands so anfangen soll. Eine Edition, die auch wie Ice Age viel kritisiert wurde für ihre, Klammer auf vermeintliche, Klammer zu, Schwäche oder Unspielbarkeit. Schwäche, sage ich mal, ist bei Homelands sicherlich okay zu sagen, aber Unspielbarkeit ist bei Ice Age sicherlich nicht zu treffen. Das ist ein sehr schön spielbares Set. So, der liebe Kollege, dessen Name ich jetzt nicht nochmal aussprechen möchte, weil ich mich nicht blamieren möchte, hier war, wie wir wissen, das ist hier beschrieben, eben dieser 25-jährige Franzose. Und hier seht ihr auch die Ergebnisse nochmal. Siegt von Loconto, Deck Nummer 1 haben wir uns angeschaut. Im Halbfinale hat er Lindbeck besiegt und im Viertelfinale Regnier, die beide werden wir uns noch anschauen, die Folgen noch. Und wir sehen hier in diesem wunderschönen, in dieser wunderschönen Decklist seine Aufstellung. Ich gehe das hier nur kurz drüber, weil ich hier die Edition nochmal vorzeigen will. Wir sehen also Ice Age, wir sehen Fallen Empires, wir sehen die vierte Edition. Das ist sehr, sehr prägend hier für sein Deck. Dann haben wir Homelands mit dem Autumn Willow, nochmal Homelands mit den Spectral Bears und hier das Sideboard, wo wir die Decks auch nochmal sehen, oder besser gesagt die Sets. Ich verwechsel immer oder ich verlabere mich immer bei Sets und Decks. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gesehen. Und hier seht ihr diese wunderbaren goldrandenden Karten, die alle in traumhafter Verfassung sind. Ich liebe dieses Pack, ihr wisst es, das ist mein einsamen Inselpack. Wenn ich wirklich alles aufgeben müsste, das wäre mein einsamen Inselpack. Dieses Pack, diese acht Decks, einfach den Rest meines Lebens spielen, wird mir wahrscheinlich reichen. So sehen die aus, Deck Nummer drei, ein zeitloses, klassisches, wunderbares Design. Wenn ich mir anschaue, wie die Produkte heute designt sind, ich bin der Auffassung, früher war alles besser. Zumindest was Design anbetrifft, schaut euch das doch mal an hier. Das ist Klassik, Gold, Schwarz, fertig, aus. Heutzutage muss alles flashy und bling-bling sein. Aber jeder, der so ein bisschen tiefer im Design drin ist, wird euch sagen, Schwarz ist ohnehin die Farbe überhaupt. Schwarz ist gar keine Farbe, hat mir jemand gesagt. Schwarz ist im Grunde eine Lebenseinstellung. Ja, hier nochmal kurz ein Text. Where Mr. from France plays a green-white deck. Teaming with creatures, Sean Hammer uses a blue-white denial style. Den gucken wir uns dann noch an. Also, Style hat das alles wahnsinnig geil gemacht und designt das Produkt, so wie die Karten aus der Zeit. Und jetzt schauen wir uns das Deck direkt an. Ich habe euch das ja schon gezeigt. Ich habe ja diesen Schuhkarton, wo ich die Decks alle hier gesleeved in diesen Plastikboxen drin habe, sodass man das als Brettspiel rausholen kann. Wenn Gäste zu Besuch kommen, einfach auf den Tisch stellen und spielen. Die Leute, die in der Zeit dabei waren, werden sofort ein Wiedererkennungsgefühl haben. Werden sofort sagen, oh ja, das ist es, was ich damals hatte. Denn, und das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, es sind ja gar nicht die 93, 94er Jahre, die die Jugendlichen von damals so massiv optisch und spielerisch beeindruckt haben, sondern eher die 94, 95er Jahre, denn 93 war Magic in Deutschland im Grunde noch gar nicht wirklich vertreten. Insofern ist das quasi eine Konserve oder eine Flaschenpost, möchte man sagen, aus der Zeit, in der Magic wirklich, wirklich aufstieg zu einem großen Phänomen in Deutschland. Und deswegen ist das natürlich auch das Produkt, das ich mitnehme, wenn wir uns treffen, hier zum Klassentreffen. Wir hatten 25-jähriges Abi, es müsste jetzt bald 30-jähriges Abi anliegen und so ein Kram. Da sind wir dann, ja, da sind wir dann heiß drauf. Dann bringe ich die Dinger mit und dann wird ein bisschen gezockt. Das passt. So, wir haben hier ein Deck, genau wie die ersten beiden Decks, wir wiederholen uns, das sehr stark geprägt ist von der Farbe Weiß, aber es ist ein Tick anders. Im Grunde, im Grunde ist das jenes berühmte Ernam Geddon Deck. Und es ist ein bisschen anders als das original Oldschool Ernam Geddon Deck von 93, 94, weil natürlich jetzt hier Ice Age drin ist und nicht die anderen alten Sachen. Die Four Horsemen, wie Rudy sie nennt, wie sie damals natürlich nicht gehiesen haben, das ist auch wieder nur ein neumodischer Begriff für etwas Altes. Die hießen natürlich 93, 94 nicht Four Horsemen. Das ist aus der amerikanischen Magic-Sprache entnommen oder entsprungen. Damals hat man die einfach beim Namen genannt. Die sind hier nicht mehr drin, so wie viele alte Karten aus Alpha, Beta, Unlimited und Revised. Deswegen ist dieses Ernam Geddon Deck natürlich nicht deckungsgleich. Mit dem klassischen Ernam Geddon Deck ja schon allein die Landbasis ist eine andere, wir wissen, sind keine Tools drin. Aber es ist das Ernam Geddon Deck, der Gestalt, wie man es eben 95, 96 spielen konnte und deswegen doch sehr prototypisch. Damals wie später hat man natürlich die Swords to Plowshares gehabt. Auch das wieder eine Wiederholung, im Grunde schon ein Déjà-vu-Gefühl, hat man alles schon erlebt der letzten beiden Videos. Ganz prägende Karte, habe ich tausendmal gesagt. Ganz wichtig, unverzichtbares Removal. Hier ist jetzt zweimal die Land-Tags drin, die ist auch in den anderen Texts drin gewesen. Hier speziell in Kombination mit der Sylvan Library, wie ihr gesehen habt, in der Einführung. Ganz bedeutsam, denn die Sylvan Library erlaubt es dir, drei Karten zu ziehen und die Land-Tags erlaubt es dir, Karten aus dem Deck zu holen. Basic-Land-Cards, jeweils gemessen an der Anzahl der Länder, die der Gegner hat. Und so kann man eine wunderbare Interaktion entstehen lassen. Man gewinnt also ein Wissens-, einen Karten-, einen Mana-Vorteil dadurch. Das ist sehr, sehr mächtig. Und dann kommt natürlich hier wieder, was an Removal dazugehört. Hier die Balance bei uns einmal Restricted. Ich glaube, in diesem Format auch. Ganz wichtige Karte, tausendmal erzählt. Die es erlaubt, Handkarten, Länder und Kreaturen zu nivellieren auf das Niveau dessen, der am wenigsten von der jeweiligen Kategorie im Spiel hat. Das ist sehr nützlich in manchen Situationen, weil es das krasseste Massen-Removal sein kann, das man überhaupt auf den Tisch bringen kann. Dann haben wir natürlich, lebenswichtig, die Disenchant-Karte, die so viele Spiele entscheidet. Das haben wir jetzt auch letztens gesehen in unserem Brawl-Duell, wo das Disenchant ein Obliet entfernt hat. Sehr mächtige Karte. Die kann Verzauberung und Artfakte entfernen. Damit ist sie sehr flexibel einsetzbar. Auch sehr günstig. So mächtig, wie es in Weiß möglich ist. Removal, Removal, Removal. Und noch dazu eine billige Karte, die sehr, sehr essentiell ist. Da würde ich jetzt sagen, unterscheiden sich diese Decks, diese ersten drei Decks, gar nicht großartig voneinander. Nur im Detail. Was aber anders ist, tatsächlich haben wir hier erstmal, was die Kreaturen anbetrifft, gleich werde ich noch was zu den kommenden Spells sagen, eine kleine Änderung. Wir haben hier erstmal den Order of Lightboar drin. Das ist im Grunde der Pump Knight aus Fallen Empires. Den hat er zweimal hier drin. Den hat man auch in anderen Kontexten, etwa beim White Weenie-Ansatz, viermal gespielt. Hier seht ihr ein White Weenie-Deck, das ich mal gebastelt habe aus der ganz alten Zeit. Kann man aber auch ganz anders einsetzen. Der hat die Kosten zwei Mana, zwei Eins und Schutz vor Schwarz. Das ist schon eine mächtige Kombination, tolles Paket. Der ist aber vorne auch noch pumpbar und dem kann man Erstschlag geben. Und damit ist er wie das Schweizer Taschenmesser im weißen Weenie-Bereich. Und als Finisher hat man hier noch einen Serra-Engel drin, weil das Ernam-Geddon-Deck normalerweise wegen der herausragenden Mana-Kosten und der extrem großen Physis des Ernam-Geddon auf den viermaligen Ernam-Geddon setzt. Wenn man ansonsten wenig große Finisher hat, macht es auch schon Sinn, in so einem Deck mal einen Serra-Engel oder zwei drin zu haben, dass man mehr oder sicher mehr große Finisher ziehen kann, wenn man sein Ziel erfüllt hat, nämlich den gegnerischen Mana-Aufbau komplett zu zerstören, sein Board leer zu räumen und dann mit einem dicken Klopper alles zusammenzuschlagen. Das ist das Prinzip dieses Decks. Deswegen haben wir hier einmal den Serra-Engel drin, den kann man auch häufiger spielen. Unverzichtbar, unverzichtbar für dieses Deck sind diese fünf Karten hier, die man bisweilen auch in so Decks häufiger sieht. Im klassischen Ernam-Geddon-Aufbau hat man wahrscheinlich mehr davon drin, mehr Armagedons und mehr Wrathes of God und konzentriert sich dann vor allem auf die Kombination aus dem Ernam-Gin und diesen Removals. Man räumt hier mit dieser Karte alle Länder im Spiel ab, mit dieser Karte räumt man alle Kreaturen ab. Das passiert ja durchaus oft in so einem Aufbau, in so einer Auseinandersetzung, in der man selber auf große Kreaturen wartet, dass man den schnell spielenden Gegner mit seinen vielen kleinen Kreaturen erstmal behindern muss. Dafür ist natürlich hier die Wrath of God sehr nützlich. Man kann komplette Board leer räumen, solange man noch nicht stehen hat. Deswegen ist es auch sinnvoll, noch nicht so viele eigene kleine Kreaturen zu haben. Die braucht man für dieses Deck gar nicht. Das ist gar nicht der Sinn der Sache. Man wird sehr viel Einzeltargets beseitigen oder eben alle beseitigen. Aber wesentlich entscheidender noch ist der Armageddon, denn der Trick besteht im Grunde darin, zum richtigen Zeitpunkt, wenn man selbst noch Mana auf der Hand hat. Deswegen macht es auch Sinn, beim Armageddon noch Mana auf der Hand zu haben. Also Mana nach der Zerstörung alle Länder ausspielen zu können. Und wenn man seinen eigenen großen Klopper schon auf dem Tisch hat. Um es noch ein bisschen präziser zu sagen, ich warte auf den Moment, in dem ich den einzigen oder den entscheidenden großen Prügel auf dem Tisch habe. In der Regel den Arnamgen oder den Sarah Engel. Auf diesen Moment warte ich, wo der Gegner nichts hat, um meine Kreatur zu verteidigen oder wenige Aussichten, um meine Kreatur zu verteidigen. Dann zerstöre ich ihm alle Länder. Er braucht dringender das Mana als ich, denn er muss Kreaturen aufs Board bringen oder andere Formen von Threats, Herausforderungen, Bedrohungen oder auch Beseitigungen organisieren gegen mich als ich. Ich habe den Prügel in der Hand, kann darauf drauf losschlagen auf ihn und brauche das Mana nicht unbedingt. Trotzdem macht es Sinn, nochmal ein Land oder zwei auf der Hand zu haben und dann direkt danach weiterspielen zu können. Dann hat man eigentlich das Spiel in der Hand. Eine super mächtige Kombination, die sehr viel gespielt wurde, sehr leidenschaftlich, sehr gerne. Es ist auch schön, dass wir jetzt mal diesen Archetyp hier liegen haben. Und der Begriff Armageddon kommt aus der Bibel, wie ihr wisst. Und es ist ein sehr klassisches Bild von Jasper Mayfors, der der große Art Director aus der Zeit war. Der sehr viele der Sets auch optisch geprägt hat. Sehr, sehr wichtig. Das ist eines der Cornerstones neben den ganzen Removals für einen solchen großen Ansatz. Alles beseitigen bis auf meinen großen Prügel und dann alle Länder zerstören. Man hat auf der anderen Seite dann, weil ich so viel darüber gesprochen habe, ziehe ich es jetzt vor, eben diese vier hier ganz entscheidenden Karten. Das ist eine Schlüsselkarte, die ist, je nachdem wie man das Deck aufbaut und variiert, immer mal begleitet von einem Serra Engel oder von noch einer anderen großen Kreatur oder steht hauptsächlich im Mittelpunkt. Hier sieht man schon, dass die im Mittelpunkt steht. Die Vier-Mana-Kreatur. Arnim Jin, Vier, Fünf. Das ist ein sehr starker Body. Der kann zum Beispiel nicht einfach mal so eben durch den Lightning Bolt beseitigt werden. Und der hat nur einen Nachteil. Der gibt eine gegnerische Nicht-Mauer-Kreatur. Forest Walk bis zum Ende des Zuges und das ist jetzt an sich gar nicht so ein Drama. Das tut einem nicht so weh. Also der ist wirklich eine der ikonischen, absoluten Schlüsselkreaturen. Und diese Kombination, Arnim Jin, Armageddon und sonstige Removals, ist eigentlich schon der Schlüssel zum Sieg. Das ist die Kernstrategie. Daneben muss man natürlich schauen, dass wenn man Mana aufbaut und möglichst schnell an seinen Jin kommen will, dass man dann auch seine Mana-Elfen hat. Die sind hier so aufgebaut. Zweimal die Lanova-Elfen, zweimal die Fyndorn-Elfen. Die sind im Grunde ja identische. Das ist im Grunde ein Reprint anders genannt als die Lanova-Elfen. Das sind vier Mana-Elfen. Das ist in diesem Deckaufbau immer essentiell. Manche spielen sie auch noch mit Birds of Paradise. Kann man auch machen, weil dann kann man eben statt Grünem jedwede farbiges Mana aufbauen. So wird das Deck ein Tick billiger. Und das ist der absolute klassische Aufbau. Also du rampst mit den Elfen oder mit deinem normalen Mana. Oder du ziehst dir Länder aus der Bibliothek mit dir Land-Tags, um möglichst schnell den Alarm-Get-On auf dem Tisch zu haben und danach unmittelbar alle Länder zu zerstören. Das ist der ideale Ablauf des Spiels. So wie die Ausschreibung für das Turnier war, ist das Ganze jetzt noch begleitet durch ein paar weitere grüne Karten. Zu der gehört auf jeden Fall der Orton Willow. Das wäre jetzt die Liga-Finisher hier. Einmal ein 4-4er-Flieger mit Wachsamkeit. Der kostet fünf Mana. Einmal ein 4-5er-Dicker Prügel für nur vier Mana mit einem kleinen Nachteil. Oder eben den Orton Willow hier, den wir auch schon in anderen Dicks gesehen haben, für sechs Mana, 4-4er, der dann Shroud bzw. Hexproof hat. Also er hat, wenn man es so zusammenrechnen wollte, jetzt mal in der Kategorie große Kreaturen. Eins, zwei, drei, sechs Kreaturen, die er sozusagen nutzen würde, um sie auf den Tisch zu legen, das Spiel damit zu entscheiden, den Armageddon zu spielen. Und dann wäre es, wenn der Gegner nicht schnell wieder in die Puschen kommt, rum. Er hat aber noch ein bisschen was anderes in Grün genommen und jetzt weiß man nicht so wirklich, ob es der Tatsache geschuldet ist, dass die Leute mehr oder weniger gezwungen waren, Homelands zu spielen. Oder ob sie wirklich als positiv und gut und nützlich empfunden hat. Ganz und gar unnützlich wird er sie nicht gefunden haben, sonst hätte er sie nicht gespielt. Also einerseits der Orton Willow aus Homelands, eine Karte, die man durchaus spielen kann. Andererseits aber auch die Spectral Bears, die sehen auf den ersten Blick sehr mächtig aus. Eine Zwei-Manna-Kreatur, drei, drei. Die kann einem auch schon in einem Armageddon-Kontext ordentliche Vorteile einbringen, weil man dann eben immer für drei schwingen kann. Aber die haben halt den Nachteil, wenn die als Attacker deklariert ist und der Gegner keine schwarzen Karten kontrolliert, dann enttappen die nicht während dem nächsten Untap-Step. Das ist also ein durchaus eingeschränktes Vergnügen, aber im ersten Aufgebot, also vor dem Sideboard, noch zweimal drin. Sehr wichtig allerdings, sehr, sehr wichtig hier die Southern Library, zwei Mana, eine Verzauberung. Du darfst zwei Karten extra ziehen während der Draw-Phase und wenn du das tust, musst du zwei der Karten, die du gezogen hast, diesen Zug, zurück oben auf die Bibliothek legen in irgendeiner Reihenfolge. Oder du zahlst vier Lebenspunkte pro Karte, wenn du die Karten auf der Hand behalten willst. Das macht eben diese Interaktion so mächtig, ja. Das ist eine sehr großartige Interaktion. Und jetzt, wenn man das wirklich effektiv nutzen will und wirklich damit systematisch für sich einen Vorteil schaffen will, muss man halt noch irgendwo Lebenspunkte herkriegen. Und das kann man tun, indem man diese beiden Artefakte spielt. Einerseits natürlich die Surin Orb, super Artefakt, auch sehr witzig in dieser Kombination, weil man ja permanent durch diese Kombination wiederum Länder hat, die man rausbringen kann. Die kann man dann auch wiederum opfern. Man kann die auch sehr schön spielen vor einem Armageddon. Also man opfert seine Länder, weil man eh schon weiß, dass man Armageddon spielt, kriegt dafür einen Haufen Leben und zerstört dem Gegner danach noch seine Länder. Eine absolut bösartige, vernichtende und hinterlistige Kombination, die ich absolut feiere hier in dem Kontext. Und natürlich hat man auch den Ivory Tower. Also man kann natürlich nur so viel Mana, ja, opfern, auf das man verzichten kann, bevor man in Armageddon spricht. Man muss ja schon noch vier Mana übrig haben für den Armageddon. Aber das hilft einem ja, wenn man hier schon ein paar Elfen draußen liegen hat und noch genügend Mana. Ob du den Rest der Länder kriegst, Lebenspunkte spielst du in Armageddon. Und toll ist, wenn du vielleicht sogar dann noch Länder auf der Hand hast, bist du absolut im Vorteil. Sehr schön ist der Ivory Tower auch. Der ist auch schön hier in dieser Kombination, weil du wirst ja regelmäßig mehr Karten ziehen, wenn du dann also die Hand wiederum voll hast. Oder weil dein Ernam-Gin auf dem Tisch liegt und du musst gar keine anderen Kreaturen spielen. Oder vielleicht besser, du kannst gar keine spielen, weil du eben alle Länder zerstört hast. Dann ist die Hand voll. Du hast den Ivory Tower draußen und du kriegst dafür regelmäßig Lebenspunkte. Und zwar einen Lebenspunkt für jede Karte mehr als vier. Also auch das für viele Spielsituationen, in denen es wirklich gut für dich läuft. Du hast Elfen draußen, du hast den Gin draußen, du hast alle Länder zerstört. Traumhaft, du ziehst Karten. Vielleicht auch mit den Verzaubungen, die auf dem Tisch sind. Die Karten wirst du nicht immer sofort brauchen. Du kannst dich entscheiden, ob du in Land spielst oder nicht. Du wirst erst später wieder zum Aufbau auf deinem Board kommen. Musst du vielleicht gar nicht machen, weil du ja auch schon deinen Gin draußen hast und dauernd prügeln kannst. Dann wird die Hand immer voller und du kriegst immer mehr Lebenspunkte. Das gibt also tausend Situationen, wo das Sinn macht. Und sehr wahrscheinlich würden jetzt die ganzen Zuschauer sagen, ja und ich habe noch eine Idee und noch eine Idee und noch eine Idee, was da für tolle Situationen entstehen können. Die kann ich jetzt und brauche ich jetzt gar nicht, auch alle hier im Detail zu berichten. Denn sie sind ja auch ein Stück weit offensichtlich. Damit das funktioniert und du möglichst schnellen und guten, flexiblen Mana-Aufbau hast, den du auch nutzen kannst, wenn du keine Länder mehr hast, denn das wird vorkommen, wenn du es konsequent spielst, hast du hier zweimal den Felberstone drin. Das ist auch eine super Ergänzung. Für zwei Mana kriegst du einen Mana-Rock, der dir Mana eines Typs produziert, das ein Gegner kontrolliert. Das ist in vielen, vielen Situationen super nützlich. Er hilft dir auch noch unwahrscheinlich dabei, den Armageddon durchzuziehen und später wiederum die Hand voll zu kriegen, wenn du Länder auf der Hand halten willst, um Lebenspunkte zu bekommen oder whatever du vorhast. Kommt dir wahrscheinlich nicht dauerhaft vor, du hast hier nur einen Ivory Tower. Aber es macht unglaublich viel Sinn, das zu spielen, weil du unabhängiger wirst von deinem Land-Mana. Du kannst damit Mana erzeugen, Mana erzeugen und es fällt dir leichter, die Länder des Gegners und deine eigenen zu zerstören, weil du weißt, in der Hinterhand gibt es Möglichkeiten, schnell wieder an Mana zu kommen oder an Karten, die dir Mana produzieren. Wunder, wunder, wunderschön, so flexibel, so gut durchdacht, aber auch so klassisch. Jetzt nicht das Rad neu erfunden. Das ist wirklich kein Deck, wo sich jemand hinsetzt und sagt, ich mache jetzt was ganz anderes, was noch nie jemand vorher gemacht hat. Ich überrasche alle. Das ist nicht der Fall. Das ist ein Classic. Das ist quasi wie die Mona Lisa oder eine der großen Bilder der Caravaggios oder der Michelangelos oder der Raffaels, nennt sie wie ihr wollt, der klassischen Zeit. Da würde jeder sofort sagen, ah, Ernam Ghetto, nur halt in dem Gewand der 95, 96er Jahre. Zwei Icys sind drin, immer eine Empfehlung, immer nützlich, gerade in dem Meta hier, wo die anderen auch Icys spielen, macht es auch Sinn, selber ein Icys zu spielen, weil man gegnerische Blocker tappen kann und viele andere gemeine Tricks damit machen kann. Super praktisch. Und dann haben wir die Landbasis. Wir ziehen hier erstmal die wunderbaren Ebenen, die natürlich, wenn sie aus der vierten sind, normalerweise weißrandig wären. Jetzt sind sie goldrandig, was ich persönlich total sexy finde. Ich weiß aus meinem Discord und aus vielen Gesprächen, es gibt Leute, die können überhaupt nichts mit goldrandigen Karten anfangen, die sagen, bäh, schrecklich. Ich persönlich habe da so ganz, ganz warme Gefühle, wenn ich goldrandige Karten sehe, weil das sagt mir total zu, auch mit der Unterschrift des Spielers. Das sage ich halt auch als Magic-Historiker und als jemand, der die Nostalgie der Zeit nachempfindet. Ist ein tolles Produkt, so schade, dass es heute nicht mehr gibt, so eine Konserve oder wie ich gesagt habe, eine Flaschenpost aus einem Meta, aus einem Turnierumfeld, aus einer Zeit zu haben, wo man sagt, das mache ich auf und dann erlebe ich das alles nochmal wieder, die Zeit. Das ist was, was man heute durchaus mal ein bisschen intensiver verfolgen könnte als Produktpolitik. Hier sind die Länder, die Wälder, auch aus der vierten. Und dann kommen wir zur Mana-Basis, die über Ice Age jetzt gesteuert organisiert ist. Ihr wisst ja, die Duels aus Revised sind weg. In dem Meta dürfen sie nicht gespielt werden, also braucht man andere. Und das macht natürlich dieses Meta aus der Zeit so attraktiv, weil man eben ganz nette Duels hat, die durchaus brauchbar waren. Das sind die sogenannten Painlands. Du kannst die kostenlos und ungetappt rausbringen. Das ist an sich schon mal gut, weil du farblose Mana kriegst, aber du darfst für einen Schadenspunkt auch das Mana erzeugen, das du für dieses Deck brauchst. Also wunderbar. In dem Fall also das Celestia-farbene Mana. Die sind natürlich tausendmal billiger als die Duels, weswegen diese Decks, so meine Empfehlung, tatsächlich auch ein schöner Einstiegspunkt für Magic sind. Also wenn man altes Magic der 90er, habe ich ja auch im ersten Video erzählt, nachempfinden möchte und nicht das ganz große Geld ausgeben will für tausende Euro, wo man wirklich jetzt hier vier dieser teuren Duels kaufen muss und das ganze andere Zeug, dann ist es gar nicht so schlecht einzusteigen in die Zeit, wo Ice Age zum Meta hinzukam, weil man dann günstige Duels bekam und plötzlich Deck-Archetypen spielen konnte, die günstiger wurden. Strip Mine hier viermal drin. Das macht unglaublich viel Sinn, wenn man selbst den Gegner in seinem Mana-Aufbau bremsen will, genug Mana selbst produzieren kann und wenn man tatsächlich das Armageddon-Prinzip spielen möchte. Denn im Grunde ist das Armageddon-Effekt für Arme. Du kannst auf Mana-Basis, also entweder selbst Mana erzeugen oder gegnerisches Mana zerstören, in dem Fall gegnerische Länder zerstören. Das kannst Du sehr schnell machen, sehr effektiv machen. Das ist eine sehr, sehr, sehr böse Strategie, die die Gegner auch sehr nervt und Dir unglaubliche Geschwindigkeitsvorteile erzeugt. Wenn Du jetzt nicht direkt den Armageddon spielen kannst, ist das auch die Strategie, um voranzukommen. Der Gegner kann eben nicht so viele Blocker oder Gegenreaktionen machen, wenn sein Mana-Aufbau gebremst ist und Du selber beschleunigst Dein Mana damit massiv. Das ist auch eine ganz wichtige Karte im Oldschool. Und dann haben wir noch zwei Karten aus Fallen Empires, die Runes of Trocaire und den Havenwood Battleground. Das sind Tabländer, die kommen, also getapptes Spiel, die erzeugen Dir Weißes bzw. Grünes Mana. Du kannst aber opfern und kriegst dafür das Doppelte, also einmal zwei, einmal zwei Grüne, einmal zwei Weiße. Das ist in dem Kontext hier gar nicht doof, denn man hat ja eh vor, Länder auf dem Friedhof wandern zu lassen. Also die werden eh zerstört, so oder so. Da kann man sie auch vorher nochmal opfern, um Mana zu erzeugen. Auch das gibt wunderschöne Interaktionen hier, ganz tolle Interaktionen. Das ist ja dann im Mana Pool, da können wir wieder nachgleichen, nach dem Armageddon was mitmachen und so weiter. Süß, traumhaft, wunderbar, Spitzendeck, richtig geil, gefällt mir unheimlich gut. Das Sideboard hat da noch ein paar Antworten auf bestimmte Situationen. Eine Antwort davon ist der Whirling Derwish. Der ist hier zweimal drin, für zwei Mana 1-1er mit Schutz vor Schwarz. Und Du kannst jedes Mal, wenn er dem Gegner Schaden zuteilt, eine 1-1-Counter drauf machen. Der wird, wenn Du es richtig machst, sehr schnell, sehr groß und kann auch wunderbar eingesetzt werden in diesem Armageddon-Kontext. Dann haben wir den Wrath of God nochmal als zusätzliche, ja, wo war, hier irgendwo unten drunter, als zusätzliche Ergänzung als Sideboard-Option für den Fall, dass Du mit sehr schnellen Weenie-Decks konfrontiert bist. Da brauchst Du den wahrscheinlich öfter, um das Board leer zu räumen oder Du musst die Wahrscheinlichkeit steigern, ihn zu ziehen. Wir haben noch eine weitere Kopie vom Order of Lightboot drin, der hier nur zweimal im ersten Deck ist. Da ist er jetzt nochmal drin als dritte Karte. Wir haben zweimal Karma. Das ist eine wunderbare Antwort auf Schwarz. Im Grunde, wenn sie liegt, eine absolute Killerkarte gegen Schwarz, weil jeder Spieler einen Schadenspunkt bekommt, für jeden Sumpf, den er oder sie kontrolliert. Und das geht dann sehr, sehr schnell nach oben. Wenn die erstmal liegt, habe ich damit auch schon eine Menge Spiele gewonnen. Allerdings ist sie halt sehr spezifisch auf Schwarz zugeschnitten und dann ist sie halt nur als Sideboard-Karte wirklich nützlich. Das gleiche gilt für den Circle of Protection hier in beiden Fassungen. Einmal der Oldschool-Fassung, einmal der Ice Age-Fassung. Damit kannst Du Schaden aus roten Quellen verhindern. Hier kannst Du noch Schaden aus grünen Quellen verhindern. Auch hier der grüne Schutzkreis, einmal in der alten, einmal in der neuen Version. Dann haben wir noch das Divine Offering zweimal hier drin. Das Divine Offering ist im Grunde eine Ergänzung zu dem Disenchant. Kann Artefakte zerstören und Lebenspunkte kreieren. Das ist eine sehr kluge Wahl, wenn ich eine Silver Library spiele, denn da brauche ich gegebenenfalls Lebenspunkte, um wiederum Karten zu kaufen. Das ist keine schlechte Idee und zumal dann auch nützlich, wenn ich gegen sehr artefaktlastige Decks arbeiten muss. Dann haben wir was Besonderes drin hier, nämlich den Abbey Gargoyle. Das ist wiederum eine Karte aus Homelands. Du bist ja, habe ich vorhin gesagt, verpflichtet, Homelands zu spielen. Also musst Du gucken, welche Karte aus Homelands taugt was. An der Stelle hat er sich entschieden für einen 3-4-Flieger für 5 Mana, der Fliegen und Schutz für Rot hat. Das ist kein schlechtes Paket in dem Meta. Heute würde man sagen, viel zu teuer. Auch damals schwer zu casten mit 3 weißen, aber in diesem Meta sehr stark. Deswegen eine Option, den zu spielen und als Schluss noch die Black-Weiß-Klassiker. Für jede Karte, die Du mehr in der Hand hast als 4 kriegst Du einen Schadenspunkt. Die kann man in dem Armageddon-Deck natürlich auch durchaus öfter spielen und auch im Hauptdeck spielen. Die Varianten kennen, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, denn es macht Sinn. Der Gegner wird durch die vielen Landzerstörungen und durch die Tatsache, dass er dann sehr langsam nur zu Mana kommt, oft eine volle Hand haben und damit kann man ihn sehr schnell auch vom Leben runtergrinden. So, das war das Sideboard. Ja, und es wundert mich nicht, dass das im Finale gelandet ist. Also, da weiß man, dass das funktioniert. Das hat man gesehen in vielen, vielen Spielen-Kontexten der damaligen Zeit. Es ist super effektiv, es ist leicht verständlich. Man muss ein gutes Timing haben, man muss wissen, was man wann spielt. Man kann es aber auch leisten, es ist nicht das allerteuerste Deck aller Zeiten. Es ist auch ein schönes Deck für Einsteiger im Oldschool und es macht unglaublich viel Spaß. Ja, habe ich jetzt genossen. Ich hoffe, ihr auch und wir machen weiter. Ich habe es ja gesagt, wir machen einfach weiter. Zwischendurch zeige ich euch Partien aus unserem Brawl-Event. Ich habe auch noch hier so ein paar verpackte Themendecks, die noch fehlen. Es sind nicht mehr viele auf unserer Suche, unserer ewigen Suche nach allen Themendecks. Aber das hier, das geht jetzt im September weiter. Wir haben das Dritte, es kommen noch fünf. Ne, fünf. So, alles klar. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020